Hallo meine Freunde, kurz warte, du findest einen Boss, du kommst mal, wie du meine Freunde, Jasmin Ritter will Köthen hinter sich lassen, man, Respekt an Jasmin, man, wenn du jetzt aus dem Knast kommst, versuch dein Leben zu ändern, mach nochmal, mach in der Ausbildung, mach deinen Abschluss nach oder so, weil, oder, äh, distanzier dich von deiner Familie, das ist nur ein Tipp von mir, ein Boss, dann kannst du irgendwie das noch ändern, verstehst du? Weil durch diese ganze Knast Sache ist man ein bisschen abgestempelt, auch Jürgen Boss hat Homies, die ein bisschen gesessen haben, auch bei denen lief's nicht so gut, also kleiner Tipp an mich, versuch Ausbildung zu machen, geh weg von Köthen und dann wird das wieder, verstehst du? Du wirst es schaffen, mein Respekt an Jasmin, sie versucht irgendwie mehr aus ihr Leben zu machen, man, die meisten machen's nicht, die meisten kacken ab komplett, du wirst es schaffen, äh, vollen Respekt von mir und von der Jürgen Boss, Also mach was draus, du wirst es schaffen, okay, meine Freunde, das war's, wie du von nur ein Boss, bis zum nächsten Mal vom Video von nur ein Boss.